Newbie. Taschen komplett leer machen. Sind hier drauf Nummern oder Fotos, die problematisch wären? Dein Vater hat dich nächsten Monat für ein Programm angemeldet. Ihr könnt nicht als Homosexuelle geboren sein. Das ist eine Entscheidung. Ich fühl mich nicht wohl hier. Jared, ich will, dass es dir gut geht. Niemand spricht außerhalb dieser vier Wände über die Therapie. Hab ich mich klar ausgedrückt! Nein, ich hab Probleme. Öffnen Sie die Tür sofort! Spiel wie Spiel. Außer du glaubst wirklich, dass du dich ändern kannst. Die nächsten Schritte hängen von dir ab. Boy Erased. Im Kino.